Wir sind gerade vorbei gefahren. Wir müssen die lange Route nehmen. Nein! Jetzt geht's dahin! 40! Höchstgeschwindigkeit! Mit Links-Tradl! Wir hätten vielleicht abhängen müssen. Nein, hätten wir nicht! Nein, aber da ist es jetzt überall bergauf! Los! Geht dahin! 13 kmh! Hinter mir, wenn man nicht laden, so ein Autofahrer! Richtig arschlich heute! Wie Skifahrer im echten Leben! Oh! Ich komme gerade nicht weit! Nein! Ich versuche gerade ein bisschen zu tricksen. Ist es jetzt besser? Ich habe maximal eingeschlagen! Wie rutscht du da gleich durch? Gottab! Gleich! Die Autofahrer, kann man die nicht irgendwie umbringen? Nein! Wofür habe ich eine Markettensäge? Ganz ehrlich, ich möchte keine Millimeter meiner Spitze abschneiden! Nein, du hast abgehend! Haha, deswegen ist es mir so gut gegangen! Möchtest du wieder ein netter Bauern? Lass die Traktoren für die Autos! Das ist rein eigennützig! Ja, darum machen sie die Bauern, glaube ich, auch! Ja! Weil die auch immer 10 Meter hoch sind! Mit der Überlänge und... 10! Ich glaube, wir haben... Nein, gut! Wir haben Traktor und Anhänger... Okay, wir haben 10 Meter überlängen, du hast recht! Let's go! Nein, doch nicht! Let's go! Warum? Wo fahren wir an? Wo hängen wir? Beim Betonpfeiler! Ernsthaft? Ja, du fährst damit! Gib Gas! Steig rein! Steig rein! Mit dem... Margele! Steig! Steig rein! Objekt ist... Leider viel zu schwer! Ich berechne eine Alternativroute! Das heißt, du fährst gleich folgende Betonpfeiler! Das ist bestimmt keine gute Idee! Weil das haben überall Bäume, wenn du abbiegst! Hängt immer nur selben Pfeiler oder was? Nein, es ist schon längst wieder weg! Aber du bist, weil du so umgefahren bist, hast du jetzt vorgegangen einen Baum getruscht! Jetzt hängst beim nächsten Baum! Oh Gott! Mach dich für die nächste Challenge bereit! Bergab! Oh nein! Nein, die Linkskurve! Nein! Ich hab's gewusst! Du musst nach vorne fahren! Ich ignoriere den Schmerz! Schau, dass du ein bisschen gerade fährst! Ich probier's! Aber das sind Kurven! Ich weiß! Oh Gott! Die Brücke! Die Brücke! Challenge! Nein! Nein! Greiz die Fix! Greiz Hacke Zementherst! Wir haben schon viel schlimmer geglitscht! Das schaffen wir jetzt auch! Ich glaub, sie fahren mit dem Kompaktscheißer wieder! Nein! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Ja, du könntest bestimmt schauen! Ho! 4.000 sind schon weg! Ah, sind schon dazugekommen! Okay! Was ist das? Oh! 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 Das war viel! Das war ein 9.000 oder? Ja! 9.006! Easy Bruh! Easy Bruh! Bring's man hin! Ich warte schon wie ein Kompaktlader! Und bin schon gefällt! Jawohl! Äh, bist du schon da? Ja! Ich glaub, ich hab's schon ganz leicht übertrieben! Sag dir, wäre dein Nächsten um schlecht! Ja! Ich kann nicht aufhören! Tut mir leid! Was ist los mit dir? Das macht so Spaß in dem Kastl! Ah, hörst du das Geräusch? Hm, welches? Das Piepen! Ja! Geht der Mama gerade ruf bei uns im Haus oder was ist das? Ja! Jooooock! Hab' Spaß! Jetzt hat's mir die Verkehrslage wieder berufen! άνst du dentro abilities ee haha da sind wirklich Chöper mit viele gefühl pass auf komm her Sabine, da ganz ruhig sooo, gaaanz ruhig Sabine, da so so gaaanz wie so eine Limmiertel Die Pflegerin, Opa, Opa! Opa! Wie willst du denn fahren? Ich kann nichts mehr aufladen. Man kann nicht mehr als, glaube ich, 8-9-Bammer. Mach dich eh zu euch weiter. Wenn du einen Fallen laufst, kriegst du Minuspunkte. Mhm. Ja. Und... Das hab ich heute wieder einmal... Meine Damen und Herren, die Hindenburg... Hilfe! Die Autos buggen da schon durch, oder was? Und ich re-log... Haha, log-checkst das. Kannst du bitte mal in die Fat Person wechseln? Oder mal schauen, du bist mit deiner Hinterreife nicht am Boden. Und ich weiß nicht, warum. Das erklärt so einige. Bleib einmal ganz kurz stehen. Du mal kurz abkoppeln. Genau. Ich hab eine Idee. Ja, okay. Ich hab eine Idee. So. Gibt du das? Ja, ja, ich sehe ich es. Ich schiefe ein bisschen da an jetzt. Genau. Es funktioniert besser als gedacht. mit! Kleiner Was! Jaa, schnell kurz. Lass uns noch hier runter. Ich muss noch阿guiiiii Vielen Dank.